Oha, was ist das denn, Alter? Fick hier. Boah, böser Blick. Die Karten sehen aber auch irgendwie cool aus. Die haben was. War es Harry Kane auch? War es Davis auch? Boah, es kommen ja richtig geile Karten nochmal. Also lohnt sich safe. Wart eure Packs bis Freitag auf. Warte, Mandy. Davis hatten wir schon. Cancelo kommt auch nochmal. Boah. Vinicius. Predicted Stats. Okay, boah, Vinicius wird, glaube ich, geil, Alter, nochmal. Boah, Sucker kommt auch. Dick Sucker. Und hier wissen wir ja, Haaland, zwölfter Mann. Boah, das sieht auch brutal aus.